Ein Scamnet ist halt so eine Art Spy-Tracker mit endlich Munition. Aber da kannst du halt dabei nichts machen. Du bist ja runter, du musst ja irgendwo hier kommen, wo nie ein Spion hier geht, den es da halt macht. Der ist schon mal ein paar Minuten. Ich kann ja mal die offensichtlich. Bei dir. Ja. Was soll der für dich drin? Shotgun. Shotgun hast du. Scheiße, der holt dich doch gar nicht. Ja. 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 Ja, ich mach's mal. Ja. 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 ich sehe was war denn da irgendwann hat man da von mir umkeilt der Lecher meint, da war ich die richtig feinselige Gifflinne hier der sieht dann echt weiß Ja, voll schräg, gell? Du mit der Schrautzen, bleib mal du zählst, ne? Ich bin schon, noch schon mal bereit. Ich drehe jetzt eh meine Action, jetzt muss ich wissen, dass ich in Talwitz bin. Ah, ich kann noch mal ein Kameradets machen. Wo wir in Minus nehmen wir das jetzt? Ja, darfst du, kannst du da noch ein Minus haben? Äh, ja, ich meine, wir sind ja da rein gekommen. Die drei innen liegen echt, ok? Das ist die drei innen, gell? Ja, die liegen alle drei innen, ja. Ja. Der ist ja vorbeigeschleicht, ja. Ich freue mich, wenn ich die Tür zu machen. Wie kommt die dann da rein? Äh, da direkt bei dir, dürfen. Da sind oben zwei Lecher, links und rechts. Ja, in dem Zwischengang da drin. Der rechts. Rechts? Der da, wo es leicht hält. Rechts. Wo es oben leuchtet, da drinnen. Da sind oben zwei Lecher, links und rechts. Und wir gehen dahinter. drinnen, gucken wir ihn Indeed. Das ist doch egal. Hey zwei, zwei You parece. Oder das ist du. sorry. Und jetzt nicht. Oder wie? Ok. Was kommt jetzt auch noch mit einem Kumpel? Mit dem Schicht? War doch schon da wieder der da? Oder? Ja, das ist gut. So. Ok, dann wieder. Das war bloß Zeser-B-Wochen, oder? Ja, und die Festplatten vor allem halt, also ein bisschen was ich hier abmachen soll. Oder was läuft jetzt auch? Ja. Der sieht ziemlich schnell auf. Security für ihr. Wenn ich die Festplatten bei Wochentagen und Alters ist, dann gehöre ich los. Ha! Der kommt auch da hinten! Dann kommen wir uns hin, ich meine. Ach. Hallo? Hallo? Ja. Ich gehöre mit dem Gasmaß, aber der macht doch nicht. Hallo! Soll ich jetzt den Umbruch? Du hast kommen? Ja. Oh Mann. Aber wir haben jetzt auch so krachen, nichts zu essen. Ja, da sind jetzt die nicht gekommen. Irgendwer wollte jetzt nicht mehr zu essen. Soll ich vorbeikommen oder so? Ja. Da hast du gerade so beide erledigt sozusagen. Die sind da irgendwie im Gange voneinander geschnitten. Hast du wieder eine Fehlfunktion? Ja. Ich schau mal nochmal. Genau. Keine. Das ist so gut. Wieder auch meine Hilfe. Ja. Das kann dir jetzt Bracher. Aber das wird dir ja noch erzählt, ob das gerade jemand bei dir ist, oder? Ja. Echt gegen den Prozess. Das ist bei dir Festplatten? Oder? Nein. Ja. Grüße für dich. Schau mal vorsichtshalber bei dir ein. Bei der Festplatten. Sag mal, dass der da vorne sind. Bei mir. Da wo es eigentlich gar nicht hocken brache. Aber bei mir ist was. Oben. Bei dir? Bei mir ist's ja. Bei dir ist's ja. Bei dir ist's ja. Bei dir ist's ja eigentlich drauf. Wenn man dadurch ein erstes Karten bleibt. Soll ich ein bisschen umweg. Was? Oder. Na gerne. Ich konnte da nicht gerne. Ja, wo war der drin, sag ich. Also ohne. Ok. Was geht's ja, oder? Das kommt zu dir. Aber ich mein schon mal auf der. Ok, da ist die. Angestammt. Irgendwann mal ein Ding. Ok, ich bin jetzt direkt in die Welt. Das ist nix mehr. Das ist nix aufgestanden, das ist ja erst mal da, ja. Das ist nix mehr. Da ist jetzt ja erst mal einer gesporn, den kann ich ja mal umbringen, wenn der kommt. Fack, das hat er sich guckt. Bei dir muss er sich guckt sein. Oder nicht? Ich weiß nicht, das steht jetzt dran zu. Er hat jetzt irgendwas rausgebracht. Ach cool, ich schritte auf die Null mit mir nix. Ich komme auf dich. Du bist jetzt schon da? Nein, da ist alle da. Alle nach 20 Uhr. Ok. Ach, das ist das. Sachsen die halt. Sachsen die. Das gibt's ja sowas. Das hat so lange überlebt. Ich hab den zweimal aber nicht reingekommen. Wir haben jetzt aber gesehen, dass ich bei dir bin. Ich hab ihn direkt erwischt. Bei dem ist einer ummelde. Ist einer über mir. Sollst du den schocken jetzt dann her, oder? Kommt, ja. Bei mir ist dann einer. Der ist einer über mir. Der funktioniert im Sicherheitssystem. Der ist schon weiter weg. Der Erinner wäre nur was. Oh, das Weitracker hat er einen gesichtet. Ja, der ist jetzt nur dann der Gipp. Jaaa, ich hab direkt erwischt. Wo ist denn der Objektiv? Hab ich schon. Hast du schon. Der hat's Haken angefangen und schon bin ich ins Gerät gekommen. Weil der hat falsche Geräte hinterlassen, überall hat's geleucht. Da ist der Spy-Drag nicht sehr gut. Schimmel jetzt der Affe. Schimmel jetzt. Schimmel jetzt. Ich sag. Ja, da kommt wieder einer auf mich, ja? Einmal bei dir? Hahahaha. Das ist ein weiterer Bild. Geh in den Gang. In den Gang. Soll ich jetzt kommen? Nein, in eine andere Richtung kannst du gehen. Okay. Ich hab noch eine Aude. Der ist am Tumok und der ist schon der Chef. Wo ist denn? Ich hab noch eine Aude. Ich hab noch eine Aude. Ahahaha. Hahahaha. Hallo Steve. Der ist schon da? Okay, wann hab ich? Der ist schon da? Oh, ich hab die Zwiebel. Der ist wohl ein Teil jetzt machen. Ach so, du bist jetzt schon da? Ich bin schon da, ja. Ah, das liegt unter mir, liegt unter mir. Der ist jetzt schon direkt am Ziel. Hau noch Zeit! Ah! Voll lustig! Ich hab nichts gemacht! Ich hab bloß gesagt, bloß dann Können nicht mal hier wirklich ernst sein, das einzusetzen Ja, gleich nochmal! Boah, das lustig ist! Ja Das trägst du nämlich auch eine Kamera So, dann hat's gleich irgendwas liegen Schau mal Cäsar Ja, ich hab's schon erwischt Ich hab mich ganz schön fertig gemacht Ah, meine Mini hab's weggefallen Du wirst nicht, wenn du so was machst wenn ihr kennet auch mit rein in die rote Ansicht gehen Ah, ich hab mir die Schrecke-Limit auch schon geflügt Ja Rote ist Bewegung, oder? Mhm Ich schau mal, dass wir irgendeine Bedeutung her Aber was bringt euch die rote, wenn ich eh am Faden kreuz sehen glaube ich, ob's jemand gewinnt hat Am Faden kreuz siehst du das nicht? Am Faden kreuz hörst du das bloß Achso, ich hör bloß Achso, das heißt, die Bewegung an sich ist unbierbar Mhm Ja, aber die Schleichbewegung, sagen wir mal so Das hat eigentlich eine Jeff-Granate Wenn ich jetzt so Jeff-Granaten hinmache zu meiner Mini, äh, Mini bleibt intakt, oder? Ja Wollte ich vorschlagen, weil ich das nicht Ja, ich hab nix gemacht, ja Bin ich durchgekommen und hab grad aufgeräumt Ja Voll penetriert mit dem Cam-Dead. Der will ja, das ist mein Halotzen, da willst du auch, weil du musst auch nicht spielen. Ja, ist alles so. Ich genüsse es so. Bei Halotzen bin ich überhaupt gar nicht. Okay. Okay. Changed here. Plan. Plan? Ja, ich habe einen anderen Weg. Töten! 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 Mag ich auch am Anfang einen Entrance holen und dann als Samusbau arbeiten? Ja, ich denke einmal einer von... Ja, machst du die Entrance holen? Dann würde ich gehen. Äh, du gehst... Der Ovid zum Lift und... Der Ovid zum Uri direkt. Ja. Der Ovid zum Uri machen, beim Spahn. Der Ovid zum Uri. Der kommt runter und dann kommst du in der Main Hall um. Okay. Znü, znü, znü! Der wischert mich aber ziemlich schnell. Ich muss halt... Ich muss halt... Ich muss halt damit rechnen, ja. Kalkulieren, dass... Du hast nicht die Gänge. Oder du... Oder du haust in den Gang links ein. Wer heißt... Äh... Spahnballet. Spahnballet? Dann hast du sozusagen besser... Also wirklich das... Links ein. Nein, links, links hinter dir. Links ein? Ja. 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 Eine Ovid dann... Dann halt... Leicht links. Und dann da oben... Hupfen. Mhm. Das will ich nicht. Äh... Aber der ist unten. Ja, der will ja nur wieder hin. Ich kann ja da wohl hocken. Ich kann ja da wohl hocken. Ja, der will ja auch Mühe oder nicht.